Die Linksfraktion hatte beantragt, die schwarze Geldwäscheliste der EU-Kommission abzulehnen, denn auf der Liste der EU-Kommission fehlen etliche Länder wie etwa Panama oder die Bahamas. Die EU-Kommission hat die völlig unzureichenden Empfehlungen der Financial Action Task Force einfach übernommen. Sie ist aber laut Antigeldwäscherichtlinie verpflichtet, eine eigene Analyse vorzunehmen. Der Wirtschafts- und Innenausschuss haben daher diese Liste abgelehnt. Wir hoffen, dass die Mehrheit des Plenums dieser Empfehlung folgt und möchten den Antrag unterstützen, den Tagesordnungspunkt vorzuziehen, damit mehr Abgeordnete anwesend sind. Vielen Dank.